UNTERTITELUNG Das war so gut in The Rock Was ist mit nur noch 60 Sekunden? Hast du die Crews 2 gesehen? Nein, ich bin 44 Warum sollte ich die Crews 2 sehen? Ich habe Face Off gesehen und Con Air Ein Angebot haben wir Um was geht's? Du fliegst nach Südspanien Zur Geburtstagsparty eines sehr wohlhabenden Gentlemen Sowas würde ich nie machen Du bekommst eine Million, Nick Ich mach es Der Typ, den das Haus gehört, wie heißt der? Javi Falls Javi will, dass ich seine Frau vögel oder ihn zusehe wie er seine Frau vögel Das ist ein No-Go Das ist nur Bueno Ich bin Javi The Cage Nicolas Cage? Nein! Das ist so scheiß cool Ich freue mich dermaßen, dass sie hier sind Soll das etwa ich sein? Das ist grotesk Ich geb dir 20.000 dafür Was hast du da? Göttliche Inspiration Ich hab echt Schiss Hört's schon bei drei Stehen wir auf Und hauen ab Sie kommen! Nimm meine Hand Du bist schwerer als du aussiehst Ich hab einen sehr großen Kopf Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaah Gehen sie schon? Ich werd dich nie vergessen, Mann! Mr. Cage? Wir hätten einfach außen rum gehen können. Ja, sieht fast so aus. Danke fürs Zuschauen. Verratet uns gerne unten in den Kommentaren eure Meinung. Wie fandet ihr das Video? Lasst gerne ein Like da und auch ein Abo und vergesst dabei nicht, das Glöckchen zu aktivieren. Untertitelung des ZDF, 2020